Guckuck Da ist sie wieder Herzlich Willkommen zurück bei Jackzocked Tomb Raider So mit der Sexy Lara Croft Eingehüllt in wärmenden Sachen Weil wie wir an ihrem Atem Sehen ist Lara doch Ein wenig frisch um ihr zartes Näschen Spitzes Näschen So mein Schatz Lara Wo wollen wir jetzt hin So Und wenn sie unter Wasser ist natürlich Ähm Geht sie ein wenig schlecht So Ich hoffe mal Dass wir da hin sollen So Da war schon mal ein Schuss in den Ofen Auch bei zweimaligem probieren Soll das wohl kaum Soll das wohl kaum Gelingen Deswegen stellt sie mir grad die Frage Wo genau soll ich hin Achso wir waren ja Ja ich hab's schon wieder Äh verrissen Dass wir uns ja hier angeln können Stopp Stopp Ein bisschen Power haben wir trotzdem Trotzdem Verlierung So Hui Weichern Wir gucken uns erstmal hier oben um Aber Hier rützen wir runter Hier rutschen wir runter Ja Hier auch Hier auch Hier auch Ich glaube wir müssen innen eingehen Uuuuuh Jaja es ist schon wieder spät Hier hab's stream hinter mir und alles Nein 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 Willst du heute ganz ein Schiff zerstören? What? Bist doch einer Und Wir haben ja schon erlebt Dass wir Gegner angegriffen Maschinenraum gehen, ja, ja. Nächstes noch einen Forscher erledigen. Sarah, hier alles, das ist ja die reinste Mordmaschine. Böses Mädchen. Fahren wir jetzt? Nö. So. Mach mal auf hier. Was ist hier noch? Hm. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal in die Richtung, aus der der Typ da gekommen ist. Okay. 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 Ja wei ! Bleue das Orgelor. Bleue das Orgelor. Na ja ! Laura was sagst du dazu ? Warte mal ! Was muss ich hier machen ? Oh, das macht mich noch viel. Was ist meine ? O , was ich mir schon könnte? Was ist mache ich, fader. Wir können auch noch nicht nehmen. Das ist meine again. Wie geht's mit einer Person? Wichter. Was ist mir einfach auf Eingang? Ja, denn die Person. Das war so gut. Keine Ahnung. Ah. Ist hier was aufgegangen, oder? Ja. Jetzt speichern wir trotzdem mal auf. Das ist so laut das Ding hier, ich kann mein eigenes Wort nicht lesen. Ganz am kotzt ihr mich an, herrlich. Jawoll! Dieses sinnlose, im Nachhinein noch, äh, Geschieße. So was denn auch, wie geht's? Hier bin ich auch nicht mehr viel drin. Jetzt reicht's aber langsam hier. Genau. Achso, hier bin ich. Okay. Okay. Mhm. Ja. Da könnte ich jedes Mal ausflippen, ehrlich. Oh, rotter hier. Oder gab's hier oben noch was? Hm. Toll. Wie ein Geheimnis, oder so. So was nerviges und aufdringliches. Ja. So. Hüpfen hoch hier. Ui, dankeschön. Wir brauchen das Schlauchbutter draußen, oder? Jo. Warte mal, hast du noch was für mich hier? Oh. Oh. Nimm's mit. Oh, die Mädel. Oh, und du? Ja, natürlich steckt natürlich hier drin. Ich klappere gleich nochmal die anderen Kollegen ab hier. Ob die noch was hatten? Entschuldigung. Danke schön. Dankeschön. Ne. Das Ding macht dir so krach. ich gucke aber gleich mal wegen geheimnis ob wir hier schlachtbord fahren können ohne geheimnis zu verpassen hattest du jetzt was dabei hier oder ihr aus hier wo war das schlauchbord? das war hier hinten glaube ich ok hier nicht nein das ist böse das ist echt böse ja ich guck mal fix nach warte mal rechts hoch ist in den vorderen weiter vorderen schalter wasser zu leisten tür öffnen gefekt in öffnung links laufen den gang folgen am ende schalter und tür öffnen also rechts an der reling entlang links zur öffnung im eis springen nach unten genau so genau so hatte ich mir das vorgestellt rechts an der reling lang machen wir öffnung im eis wo haben wir eine öffnung im eis das ist aber keine öffnung im eis die ist ja zu ist das nur im eis hier oben oder? irgendwas übersehe ich gerade hier auf der seite ist ja nichts diese öffnung ist da hinten oder? jawohl dort müssen wir hin nur wie dort hinten geht es noch weiter ne 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 das ist verkehrt rechts an der reling lang ja das ist ja alles ganz wunderbar was ihr hier machen wollt mit mir kriegen wir das nochmal hin wie gerade eben warte mal warte mal äh alter tür öffnen draußen nach rechts rechts an der reling entlang links zur öffnung im eis springen achso ne sind wir hier reingekommen? natürlich natürlich hier unten waren wir doch warte mal hier unten ging es ja nicht großartig weiter hier war ja bloß das Schlauchboot hier unten geht es mal gehe es noch nirgendwo anders raus Oder? Nö. Das ist hier oben. Kenne ich das schon? Ich glaube nicht. Ah, hier kommen wir hier hinten hin. Von hier aus kommen wir dann auch ran. Jo. Hol jetzt die Öffnung im Eis. Hier so, genau. Speichern. Habe ich so gewusst. Lara, geh nur vorsichtig runter. Genau. Was liegt hier rum? Was ist das? Möbeln. Jo. Möbeln. Oh, hätten wir, hätten wir eins von drei Geheimnissen, brauchen wir noch zwei. Also ganz entspannt, wenn es nach sechs Geheimnissen bei dem einen Level hier in London auf einmal nur noch drei Geheimnisse sind. Aber wie wir inzwischen wissen, beziehungsweise der Möbelfeld uns schon prophezeit hat, beim vierten Teil, wie ich es auch selbst gelesen habe, beim vierten Teil, ist das hier mit sechs Teilen noch lächerlich. Mit sechs Geheimnissen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das auch in unmittelbarer Nähe finden oder nicht. So, hier anhalten, zur Öffnung aussteigen, rechts hochklettern. Ja, oder ins Wasser. Unten rumdrehen. So, hier unten haben wir jetzt das Boot zu Wasser gelassen. Speichern das natürlich ganz gepflegt ab hier, wie immer. Da unten ist das Boot. Wir müssen aber hier natürlich schnellstmöglich wieder raus. Wo uns die Lara hier drin erfriert. Jetzt ist mir die Frage, wohin? Versuch uns mal hier hinten. Komm, fahre. Das ist aber genauso staubig Feuer. Nee. Ist auf jeden Fall besser als wie ein Gajak. Warte mal. Ich guck bloß wegen im Geheimnis. Da kann ich wahnsinnig werden. Jetzt speichern wir aber auf einen neuen Platz ab. So, hier brauche ich garantiert einen Schlüssel oder sowas, oder? So, hier kommen wir nicht hoch. Nicht ins Wasser, danke. Hier hoch. Sieht so aus. Das Ding ist kalt und rutschig, denke ich mal. Dass Lara da solche Künste machen kann, ist erstaunlich. Oh, wie lange. Oh, da kann ich nicht mit ihm. Nein, da kann ich wirklich mit der Künste machen. Warte, warte, Baby, komm. Ja. Jawoll Das ist unschließlich über mein Ziel Ja Ist gleich vorbei Wir müssen neu laden Ja, 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 ist klar Wir gucken uns mal hier Aber ich habe gerade ein Problem hier Wie geht es irgendwie nicht weiter mit dem Boot Ach, diese Musik, sowas ist nervig Lästig und nervig Achso, warte mal, warte mal Ich sehe da Gott was Wir können uns ja auch noch woanders lang hangeln Und nicht immer nur geradeaus Ja Da sitzt doch bestimmt auch kalten Rutschi Und ihre Kampfangschule da Die Sind es bestimmt auch nicht Unbelegt die wärmsten Ich würde gerne mal nach unten gucken Wo ich hin soll Ich werde, ich bin falsch Nein Doch richtig Ja, ja, hast du gesehen Da steht keiner Arsch Arsch Ich speichern aber nochmal extra hier Ja, wie gesagt Ich muss ja aber aufpassen wegen Geheimnis Wie gesagt Äh, hier anhalten Links bis Dörfung ausstecken Zurück zum Schiff Ja, und leitet Über die hintere Schräge aufs Eis Hier unten umdrehen Bis zur Eiskante Vor das Boot gehen Zwei Schritte zurück machen Und hineinspringen Und dann mit dem Schiff Äh Mit dem Boot rechts am Schiff vorbei Fahrer mit Heck herum Die anhalten Das Öffnungsaussteigen Rechts hochklettern Doch richtig War ich doch richtig, oder? Hier anhalten Links zur Öffnung aussteigen Rechts hochklettern Die Schräge runter Abspringen Auf der Gegenseite Die Kante hochziehen Naja, wir verpassen nämlich Gerade hier ein Geheimnis Stell ich fest Das darf hier mal Überhaupt nicht sein Jo Kommen wir hier zurück Zu dem Boot Bevor Lara hier Einen Nehmerlichen Gefriertod erleidet Neh, lass liegen Aus hier Das ist aber auch knapp hier Ehrlich Wir müssen auf jeden Fall Zurück Können wir jetzt Zurück hangeln Ja Eigentlich hätte ich gesagt Die neue Lade einfach neu Und fertig Aber Warum Lara klettert Klettert doch gern Deswegen ist sie ja hier Nur um zu klettern So Kommen wir nach rechts So Runter hier Und rein da Yes Ach da Hier Genau Gut, alles klar Hier kommen wir jetzt zum zweiten Geheimnis Brauchen wir dann nur noch eins Wenn wir das gleich haben Wir speichern das hier an der selben Stelle Jetzt Ui Das ist schlecht Ja, wo hinten Ich lade das gleich neu Ich will nur wissen Wo hin Ach so Warte mal Na klar Ich muss da drüben an die Kante Da drüben ist die Kante Genau Hab ich vorher nicht gesehen So Was liegt hier alles Was ist das Lara Nimm mal deinen zarten Arm beiseite So Geheimnisse zwei von drei Brauchen wir noch eins Das ist wie weit entfernt Das will ich jetzt wissen Doch, das dauert noch Das dauert noch Schlüssel zur Hütte Wir müssen Das ist ein guter Anhaltspunkt Damit ich das Ding beiseite legen kann Damit wir es so weitermachen können Es ist ein guter Anhaltspunkt Äh Mit dem Schlüssel Die Hütte aufschließen Den Hund Ja, die Hütte verlässt Erledigen Eintreten Und hier Das Dritte Geheimnis Oh Okay Wir haben den Schlüssel Zur Hütte müssen wir haben Und wir müssen in die Hütte rein Zurückfahren Zurückfahren Zur Hütte Neben dem Schiff Ach zu der Hütte Den Forscher Der sich Das Boot nach links Richtung Hütte verlassen Mit dem Schlüssel Die Hütte aufschließen Gut, da brauchen wir das Ding Erstmal nicht mehr Wenn wir einen Schlüssel haben Zur Hütte zurück Das müssen wir uns Im Gedächtnis behalten Das behalten wir uns Bis zur nächsten Folge Im Gedächtnis Mindestens Denn für heute ist Freierabend Dann verabscheibe ich mich Ich hoffe es hat euch gefallen Und damit Dankeschön Fürs Zusehen Und auf Wiedersehen